Musik Ich hätte das gerne persönlich gemacht, diesmal geht es aber leider nicht. Deswegen herzlich willkommen zur Top Consultant Auszeichnung. Nachhaltige Erfolge sowohl des Wirtschaftsstandortes Deutschland als auch vieler, vor allem mittelständischer Unternehmen, haben ihre Ursache auch in erstklassiger Beratung. Verständlicherweise nehmen die Unternehmen die Erfolge für sich in Anspruch. Unpopuläre Wahrheiten werden dann gelegentlich mit den Beratern in Verbindung gebracht. Für die stellt es sich dann frei nach Bertolt Brecht oft so dar. Die einen stehen im Licht und die im Schatten sieht man eher nicht. Top Consultant bringt Licht in die Beraterbranche und stellt die besten Berater des Jahres sichtbar heraus. Und der Bedarf an guter Beratung wird in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben, gewiss weiter steigen. Mit dem Qualitätssiegel Top Consultant zeichnen wir Beratungsunternehmen aus, die es besonders gut verstehen, auf die speziellen Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen einzugehen. Grundlage für die Auszeichnung ist eine Kundenbefragung, die Aufschluss darüber gibt, wie klientenzentriert und mittelstandsorientiert eine Beratung arbeitet. Die Berater von Federconsulting genießen das volle Vertrauen ihrer Kunden. Und damit schaffen sie es schon zum dritten Mal in den Kreis der Top Berater. Zudem zählen sie zu den Finalisten der Auszeichnung Berater des Jahres 2020. Ich gratuliere Federconsulting ganz herzlich zur erneuten Auszeichnung Top Consultant 2020. In diesem Jahr schaffte es das Unternehmen bundesweit auf Platz 2. Wettbewerb bedeutet unter anderem Innovationen, Leistungsentwicklung. Im Ergebnis bedeutet Wettbewerb Wachstum der Wirtschaft als auch Wohlstand, Anerkennung den Teilnehmern, Gratulation an die Ausgezeichneten und ein tolles Signal in den Markt und der Hinweis auf Qualität der Beratung. Herzlichen Dank für die vielen tausend Fördermittelprojekte unserer Kunden. Und herzlichen Dank für die wiederholte Auszeichnung zum Top Consultant und damit verbundene Qualitätsansprüche. Herzlichen Dank an all unsere Mitarbeiter für diese außergewöhnliche und exzellente Spitzenleistung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020